Heyo Leute, herzlich willkommen zu Baggerbutzer Move or Die mit Xander, Kevin und Balooie. Hallo, jo was geht's? Wir spielen hier Move or Die, richtig cool auf jeden Fall. Haben wir bei Balooie gestern schon eine Folge gehabt. Überragend Leute, überragend dieses Spiel, macht mega Spaß. Guckt auf jeden Fall bei den anderen vorbei, vergesst es nicht. Morgen kommt eine Folge auf jeden Fall bei Xander von was weiß ich, werdet ihr dann sehen. Und wir haben jetzt Spaß bei, ähm, Move or Die. Hä, was ist das? Was ist das? Das kennen wir nicht. Was? Doppelsprung? Ich kann Modifier freischalten. Ich habe eingestellt, dass das jetzt ein bisschen interessanter ist als das beim letzten Mal. Nämlich kann jeder am Anfang der Runde einen Modifier festlegen. Okay. Hä? Wo bin ich? Ich bin tot. Och geil, Kevin, du Arsch. Ich guck die ganze Zeit auf Grün. Nein, jetzt bin ich auch tot. Ich guck die ganze Zeit auf Grün. Nein. Ja. Ich war als Nessalter. Kevin, nur wegen dir, Mann. Ich bin nach dir gestorben. Das ist so ein Zufall. Nur wegen dir, Kevin. Ah, das ist cool mit dem Doppelsprung. Ich glaube, den hat man aber nicht immer, oder? Doch, hat man doch. So. Blum, 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 blum. Mann, was ist jetzt los gerade? Ach, haut doch mal an. Ah, nein. Xander, was ist denn los? Xander, der muss einmal spielen. Keine Spielerei mehr hier. Jetzt wird ernst gemacht. Oh nein, Hut ja. Aber das ist jetzt ein bisschen einfacher mit Doppelsprungen. Ey, ich habe ihn doch. Alter. Gib ihn her, Mann. Ey, ja, oh lol, ich habe ihn gehabt. Nein. Baluja, den Spieler, der Fett sagt. Mist. Ey, nicht böse werden hier. Wollte eigentlich Drecksack sagen, aber dann dachte ich. Ey, ich snack ihn weg, so? Mann. Nein, Mann. Ich snack ihn weg und verliere ihn. Alter. Und wieder ein bisschen später. Unglaublich. Ey, das ist so nice. Alter, nee, das hasse ich. Das wird jetzt geiler mit Doppelsprung. Oh, ja, stimmt. Nein. Kevin war geil. Kevin war geil. Das wird geil mit Doppelsprung, ja. Kevin. Was macht ihr denn? Nein. Junge, war das dumm. Das war so dumm, ey. Ehrlich, Junge, das war so dumm von mir. Es tut mir so leid. Oh, Mann. Au. Ah, Mann, das war so scheiße. Sag mal, Louis, wolltest du mich richtig triggern? Ja, ich wollte dich ranschubsen. Nein, ich hab's im Fynn. Du riefst einfach nur auf und legst in dieses Ding rein. Alter. Wer war das? Kevin. Was denn? Du hast mich voll runtergeschubbt. Geschubbt? Geschubbt. Nein, da ist ja... ...gewandt. Alter. Fallen so gelachsam, habt ihr das gesehen? Was ist denn mit Thunder auf einmal los? Hast du irgendwas... Was ist das? Was ist das? Das kennen wir wirklich nicht. Ready, go. Was ist das? Was ist mit Detonierung? Detonierung? Der stand doch da. Da oben. Ihr könnt alle mit X ne Bombe fallen lassen, Leute. Oh, nice. Wow. Das ist ja geil. Das ist echt nice. Nein, ich hab's selber gesprengt. Hab ich gesehen, Kevin. Nein. Oh Mann. Balloui. Das ist doch Trance. Auch wenn ich in der ersten... Oh, naja, Mutator. Mal gucken wir den auswählen da. Alter, du schon... Ohne willst du mit Balloui kannst du sowas nicht spielen? Das ist immer Glück. Egal bei was. Egal bei was. Yo, sonst geht's noch, ne? Hä, was ist jetzt? Was muss man machen? Farben anmalen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist natürlich jetzt richtig krass, ne? Das ist, das ist nice. Aber den Doppelsprung haben wir jetzt nicht mehr, ne? Nee, das ist dann weg. Ein Modify ersetzt den anderen wahrscheinlich. Kevin, lass es nicht. Das ist ein Modify, Mann. Alter. Dieser Balloui. Deswegen hab ich den Modify ausgewischt. Ja, genau, du Hund. Was, schwindel? Das ist jetzt richtig. Azi, Alter. Wo bin ich? Ey! Zander, Mann! Du hast mich runtergeschuckt. Ich wollte still bleiben. Du hast mich runtergeschuckt. Machst du dich dann auch nicht, Trotte. Boah, bist du da? Ist der schaufig. Hä? Gar nicht? Ja natürlich! Oh! Ey! Mach dir schon keinen Bock mehr! Oh! Scheiße! Ey! Du bist so wichtig da aus meiner Ecke, Mann! Jawoll, Sander! Genauso macht man das Sander! Nein! Wer lebt denn da jetzt noch? Ja, ich hab's nicht. Oh shit! Man sieht einfach null! Das kam noch nicht raus! Das ist übel jetzt auch! Oh mein Gott! Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Wo ist der Hut? Da ist er! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, du hast ihn, Basti, genau! Guck, ich hab ihn! Hä? Ich hatte ihn grad! Gib ihn mir doch jetzt! Alter! Hä? Basti, du hast ihn! Wen muss ich jetzt hinterherrennen, Alter? Hier hat ihn! Hä? Wer hat den Hut hier jetzt? Boah, ey! Hä? Wo ist der Hut? Hä? Wo ist der Hut, Junge? Ist der Hut, Junge? Was? Was ist die Sache? Fünf Minuten? Ich hab den Hut! Ich hab den Hut! Ohne Wissen! Seitdem Kevin grün ist! Ey! Alter! Ohne Scheiß jetzt mal! Nein! Ah! Ey! Ah, dieser Mutify ist echt geil! Stell dir mal vor, wir hätten jetzt noch Skintauschen drin gehabt! Das wär jetzt wie durcheinander Basti dann gekommen wäre! Ey! Hören wir auf, Mann! Ah nein, was ist das? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab gewonnen! Zufall! Du hast ja nicht mal gesehen, was du tun sollst! Oh nein! Wartung! Wieder Baloui! Pass auf! Guck! Guck! Scheiß Baloui, Alter! Ja, immer beleidigen! Dann hilft! Führender Spieler ist langsamer! Schnellster Spieler rennt! Oh, das ist nicht gut! Hä? Ich führe anscheinend! Ja, das ist bei dem Spiel auf jeden Fall von Vorteil! Alter! Das war aber für mich auch irgendwie nicht so geil, diese Idee das zu machen, ehrlich gesagt! Wie soll ich denn bei dem Spielmodus Punkte machen, wenn ich so langsam bin? Das ist mir auch egal! Ist ja nicht so, dass das jetzt die ganze Zeit auf mich geht? Oh nein! Nur ein bisschen! Oh nein! Wie soll ich denn? Nein! Da sind ja die roten Dinger doch an der Seite! Ja! Alter, was? Ich stehe auf dem Zweier, über mir ist ein Sechser in alle Richtungen! Ja! Das war genauso geil! Oh Gott! Ja, läuft hier! Wow! Alter, was? Ich bin so langsam! Nein! Ich habe gar nichts gemacht! Alter, das ist so übel! Ich bin so langsam aufgeholt! Was geht? Ich hätte es gut mit den Hutjagd oder nicht! Alter! Ich habe gerade den übelsten Nachteil! Heulich! Oh, wer hat... Ey, wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Oh, bei! Kevin, komm her! Ey! Er fängt ihn direkt wieder! Oh, meine Güte, ey! Alter! Ach, bitte! Ja toll! Ich bin so langsam aufgeholt! Ich hole mich einfach zehnmal ein in der Zeit! Ey! Kevin! Mann! Bomben fangen! Oh nein, jetzt kommt Bomben-Spiel hier! Hallo! Ja, ist geil für mich! Heulich so rum wie so ein Mädchen! Ja, das ist ja richtig schlimm mit dir! Nein, nein! Ja! 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 Diesmal habe ich gewonnen! Sander gegen dich! Und du sagst, du hast gerade mehr oder weniger bei den Paralympics gewonnen, Alter! Ey! Ja, weil ich einfach nicht schnell bin! Lass mich doch! Nein! Nice! Kevin-Lich ist los! Das muss hier jetzt mal sein, ja! Ich mein' Games, ey! Wie läuft das denn jetzt hier bei dem Spiel einfach? Ach so! Wer vorne ist, wird langsamer! Da geht ihr mal ruhig vor, ne? Ne, nix mehr vorne wird! Ich bin die ganze Zeit langsam! Alter! Einfach dauerhaft langsam! Ich bin einfach die ganze Zeit langsam, weil ich ja führende von den Punkten bin! Ach so! Ach so! Ich dachte auch immer führender vom Minigame! Nein! Ich dachte auch, wir haben das so in allen Punkten! Nein! Deswegen werden alle gerade so angeglichen! Außer ich! Jetzt Achtung, wieder Balui! Guck! Das kann ich was sein! Das ist echt verrückt! Balui! Der schummelt doch! Skin vertauschen, sehr schön! Ey, ne! Ich tausche ständig ihre Skin! Ich muss mich auf die Farbe konzentrieren einfach! Ja, bei dem Spiel geht das! Wo bin ich? Oh, scheiße, Mann! Oh, Mann! Yes! Schau mal, da wo ich nicht mehr langsame habe, keine Chance mehr! Ihr Loser! Nein! Oh, shit, Mann! Nein! Oh, nein! Oh, bin ich schlecht! Diese Runde! Letzter war ich so gut! Oh, Gott! Go! Ah! The Holy Head! Doch, ey! Nehmt ihm doch mal das Ding da weg, ey! Das geht so schnell, Mann! Ich komme noch nicht hinterher! Oh, fuck! Wenn er da oben ist, das ist das Übelste! Ey! Five, four! Nein! Der kotzt nicht! Der kotzt nicht! Ja! Meine Güte! Nice! Du hast dir gefühlt zwei Sekunden getragen, oder? Nö! Länger! Maximal! Drei! Tana! Wer bist du denn jetzt? Ich kann gar nicht so umatmen! Nein! Palui, Junge! Ich habe gar nichts gemacht! Du kommst mir direkt bis her gelaufen, du Nervensäge! Nein, das kommt dir nur so vor! Nein! Yeah! Oh, Mann! Schwindel? Ach, wo das runter kommt, ne? Ja, genau! Wo man aufpassen muss, wo man herhüpft, du! Weil das Spiel dann so trollt! Ja, geil! Ich kam schon! Ich auch nicht! Hä, ich auch nicht! Das ist so mies teilweise! Oh mein Gott, Junge! Ich kam auch nicht weg, Zander! Direkt zwei Übermeidungen! Nein! Das habe ich gesehen bei Nui! Boah, das ist so unfair, Mann! Safe! This is a place hold, ready? Go! Pups! Nein! Oh Mann! Wie immer fetzt das einen in so ein scheiß Ding rein! Man könnte dieses Spiel auch nennen, gibt Campern keine Chance! Hauptsache, ihr kriegt euch das irgendwann ein, oder? Hey, Zander! Wow! Das war knapp! Wow! Irgendwer läuft nicht genug von euch! Ja, das war ich! LOL! Alter! Oh, 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 oh! Ah, der hat ein bisschen mehr! Ich wusste es! Alter! Ich hab drauf spekuliert! Es ging nicht anders! Sieh! Jetzt Achtung wieder, Baloui! Alter! Das gibt's nicht! Ich weiß nicht warum er das gemacht! Das hast du gemacht, Baloui! Safe! Nein! Doch! Nein! Er macht wieder Licht aus! Ich find das gut! Das ist bei dem Modus das Beste, das noch machen kann! Oh! Ey, ich hab in diesem Modus noch nicht einmal gewonnen! Nein! Einmal! Mein größter Feind ist eigentlich derjenige, der mich immer blockt bei dem Modus! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Danner, geh weg, Mann! Hä? Ich bin nicht... Was? Hä? Hatte ich die ganze Zeit die Bombe? Hä? Die hat's nicht gecheckt! Ich hab die ganze Zeit auf dich geguckt, dass du nicht zu mir kommst! Nein! Oh! Oh! Nein! Hä? Zander, wann hast du mir die Bombe gegeben? Ganz am Anfang schon! Oh jetzt wird das wieder übel in Hut jagt, Junge! Oh Gott! Man hört ihn aber immer sieht ihn nicht! Das ist ein blöbeln Hut, alter! Hat irgendwer den schon... gefunden? Hä? Was ist das scheiß Ding? Wo ist der? ich kann einfach nicht mehr leute also jetzt muss ich an der nur blocken dann haben wir gewonnen das spiel ist so geil okay Leute wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da schaut auf jeden Fall morgen bei Zander vorbei da gibt es das nächste Video von uns vier ich werde auf jeden Fall Mut vor Dye machen das ist so geil bis dann und tschüss bis dann tschüss 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 tschüss